Einen Nachmittag lang sendete der ORF live aus La an der Theia. So wurde für Niederösterreich heute ein Sommertour-Fernsehbeitrag gedreht und Radio Niederösterreich sendete von 13 bis 16 Uhr live vom La-Stadtplatz. Neben vielen Interviews musste La unter anderem auch eine Stadtaufgabe bewältigen, die mit dem Thema Zwiebelschneiden zu tun hatte. Etwa 20 Paare fanden sich zusammen, wobei die Männer ohne Werkzeug fünf Minuten lang Zwiebelschälen und insgesamt fünf Kleidungsstücke anziehen mussten. Bei 39 Grad auf dem La-Stadtplatz eine schweißtreibende Aufgabe. Auf die Plätze, fertig, los! Passt, super! Passt! Nichts, nicht. Du gehst jetzt langsam ein Kleidung, gut? Komm! 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 Du gehst jetzt nicht auf dem Masterrecht. Mach ich hab ich auf die … Hau! 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 Hopp! 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 Nach einer Minute, da geht noch was, da geht noch ein Schuh. Schuh haben, Skischuhe, Schuh. Hopp, 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 hopp. 3, 2, 1, Start! Ja, ich glaube, das ist den Weinviertler einfach mitgegeben, dass er die Zwiebel stehen kann. Jetzt wollten wir eigentlich ein paar Tränen sehen, aber es geht natürlich nicht, wenn man die Sonnenbrille auf hat. Das ist eine gute Strategie gewesen. Ja, ja, das war schon vorrangig, also scheint die Sonnenbrille, dass man ein bisschen Landschutz hat und auch die Leistung bringen kann. Als Sieger ging schließlich Robert Tenmeier mit 17 Zwiebeln und 10 Kleidungsstücken hervor, dicht gefolgt von Herbert Nicodim mit 17 Zwiebeln und 9 Kleidungsstücken. Auch Bürgermeisterin Brigitte Riebisch und Vizebürgermeister Georg Aigner freuten sich über den Besuch des ORF in Laa. Wer den Niederösterreich Heute Fernsehbeitrag zur Sommertour aus Laandatea verpasst hat, hat noch die Möglichkeit, ihn in der ORF-TV-Thek vom Donnerstag, 6. August unter Niederösterreich Heute anzusehen.